Guten Morgen meine liebe Damen und Herren, guck mal, ich steh da draußen in die nasse Platte, auf die nasses Terrasse. Meine Frau Lietje hat gesagt, egal ob's draußen rennt oder schneit, ich muss raus. Also ob bei Regen oder Sonnenschein, der Hund, der muss bei jedem Sauwetter draußen sein. Ha ha, ja, find ich gar nicht nett. Die haben gesagt, da hat Frühling gibt's, die haben gesagt, Schätzelein, geh raus, es gibt Frühling. Ha 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 ha, ich freu mich, was die unter Frühling versteht. Ich versteh unter Frühling Sonnenschein, Wärme, eine wunderschöne Wiese, die blüht. Aha, das ist für mich Frühling. Und nicht Matsch, Regen, Temperaturen, die grad mal bis unter 0 Grad, äh, bis unter 10 Grad sind und so. Das ist doch alles Quatsch. Die haben, keine Ahnung, die solle mich Mutter zahlen lassen, ne? Ja, will ich ja nur mal grad zahlen, obwohl ich verzähle, viel wenn es da lang ist, hat meine Frau Lietje gesagt. Ich wäre kleines Papamaul. Jawoll, ja. Okay, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, auch wenn's regnet. Na, bis dann. Tschüss, euer Muggli mit die weiße Socke. förraед ONG IAUTUZEN